ja hallo erst mal miteinander wieder ich bin es wieder euer manne diesmal ist der Bill wieder da hallo der Bill der hat alles gut überstanden und hat keinen dünnen Pfiff hattest du gehabt ja ja ganz sehr ja und wir haben ein leichtes problem wir seien gestern in den Flieger eingestiegen und wollten eigentlich zum Muxel in der USA fahren fliegen aber extra ein Muxel Mitzel geholt ja und jetzt sind wir auf dem Flughafen ausgestiegen und war ein Haufen Schlitz an haben wir gesagt und wir wussten gar nicht was los ist und ja hier den hier ja den haben wir dort getroffen und haben erst mal gefragt wo wir sei und sind sind wir in Japan rausgekommen du scheiße wir seien falschen Flieger eingestiegen und jetzt hat er uns erst mal zu uns mit nach haus genommen ja aber der versteht uns noch nicht so richtig sprichst du deutsch äh konbara versteht nix versteht nix aber wir kennen doch auch noch englisch ja ein bisschen kennen wir doch how do you do in de gummischuhe doku kara iraschémashita what your name my name is bill 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 hello 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 yes bill bill haben ja billen hat ein paar probleme noch mit englisch da kann kannst du da nett zuhren aber my 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 english it's a little bit better ja mein my name is a mannin meine 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 Mane. Und du? Ich bin Tomo. Ah, irgendwas mit Tomo. Tomo haben wir verstanden. Tomaten. Mane. Ja, also wir müssen jetzt erstmal versuchen, wie wir den Flug jetzt irgendwie noch erwischen, dass wir doch noch in die USA kommen. Und wir versuchen jetzt erstmal ein bisschen Japanisch zu lernen, dass wir mit den Tomaten versuchen, einen Flug zu buchen. Also dann, vielleicht bis später. Kumiti wa. Kumiti wa. Sayonara.